Was geht ab Leute und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video und heute gibt es mal drei Team of the Week Packs und zwar eben die, die bei Food Birthday hier dabei sind, die 1 bis 26er TdW Packs. Ich zeige euch hier auch nochmal die Lösung, die ich eigentlich ziemlich oft angewandt habe und zwar nimmt man da einfach insgesamt 9 82er und 2 81er, sendet das Ganze ab, das kostet so around about 20k, also wirklich nicht viel. Und da haben wir das Ganze dann eben auch abgeschlossen und bekommen hier eben noch ein weiteres TdW Pack, 2 davon habe ich schon vorbereitet und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und öffnen direkt das allererste Pack. Come on, irgendein Inform, der richtig sick wäre, wäre natürlich nice, mal schauen, vielleicht ein paar Chihuahua oder so, keine Ahnung, es kann jeder Inform drinnen sein. Ein Deutschlandstürmer, das ist nicht Timo Werner, sondern Nils Petersen mit schlechten Werten. Der einzige Wert, der über 80 ist, ist das Schießen mit 83. Na, das ist ein absolut miserables Pack, das ist das Schlechteste, was man bekommen kann und wir gehen rein ins nächste Pack. Come on, ein Nose Pack. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr aus diesen Packs gezogen habt, würde mich sehr, sehr interessieren. Und wir schauen mal, was wir im zweiten Pack ziehen. Es ist Moi und Moi habe ich als Food Champions Karte. Danke, ey, danke. Okay, es ist sogar nur der 82er Moi. Es gibt ja auch den 84er Moi und den habe ich als Food Champions Karte, wie wir jetzt hier gleich sehen werden. Okay, doch nicht, weil Inform und Food Champions Karte einzeln aufgeteilt ist. Naja, wir haben uns gesteigert von 81 auf 82. Mal schauen, ob wir im allerletzten Pack was ziehen. Es wird ein Spin the Chair Pack, wir drücken also drauf, drehen und drehen. Alter, habe ich mir gerade das Knie angehauen. Oh mein Gott, ich habe das Internet. Carol, Alter, ich habe das Internet abgedreht, weil ich mich mit dem Knie angehauen habe. Drehen und drehen. Und den Stecker ausgezogen habe. Nice, ich denke, so kann man ein Video beenden. Ja, das war es mit dem kleinen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Richtig miserabeltes Pack unbedingt. Vielleicht hattet ihr mehr Pack, ich hoffe es. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in nächster Zeit sehen wollt. Im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, aber ich denke, ein FIFA Talk wird demnächst auch wieder kommen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Habt immer high hopes. Bis dann und ciao.